So, und bei uns ist Ulf Poscher, der Chefredakteur der Weltgruppe. Herzlich willkommen. Wie erklärst du diesen deutlichen Zieg von Donald Trump? Die Umfragen waren ja doch sehr, sehr knapp. Und jetzt haben wir sehr früh ein sehr klares Ergebnis. Wir sind ja alte, weiße Männer, ne? Und wir haben einiges erlebt in den vergangenen zehn Jahren. Ich erinnere noch, wie ich vor der Brexit-Abstimmung ins Bett gegangen ist. Ja, Ulf, natürlich bleiben die Briten dran. Ich erinnere noch, Hillary Clinton gegen Trump. Undenkbar. Die Deplorables. Und die verliert doch nicht die große Hillary Clinton gegen so einen orangefarbenen Clown. Und das Interessante ist, und darüber habe ich in diesem Wahlkampf immer wieder geschrieben, dass diese Arroganz, diese Überheblichkeit der moralisierenden Eliten in Europa und im Westen und in Amerika auch, einfach so weiterhin die Welt so als so eine Wünsch-dir-was-Realität konstruieren, projizieren. Und die Wirklichkeit sieht anders aus. Und insofern, ich bin überrascht über den, über die Krassheit des Erfolgs. Wir reden davon, den Senat hat er gewollt. Er hat den Popular Vote gewollt. Zum ersten Mal, ja. Zum ersten Mal seit 2004, übrigens, wenn ich, ich bin einfach auch nur so stolz auf uns, aber das ist eine andere Sache, wie wir das alles berichten, großartig. Hier hat man mehr Informationen bekommen. Und zwar, wenn ich mir öffentlich-rechtliche Formate angucke, ohne den Bias. Und dass in Deutschland wirklich 80 Prozent oder 70 Prozent geglaubt haben, das kann ja nur Harris gewinnen, macht irgendwie deutlich, dass wir ein echtes Problem haben mit der Vermittlung der Realität in den USA. Und aus welchen Gründen auch immer. Kurzum, ich bin überrascht über die Art des Erfolgs. Ich war mir nach dem Vogue-Cover versus McDonald's-Trump, hatte ich schon das Gefühl, das kann Trump gewinnen. Aber jetzt mit diesem Ausmaß schon sehr überraschend. Aber jetzt, du hast jetzt eine harsche Kritik geäußert an dem, wie in Europa mit dem Phänomen Trump umgegangen wird. Aber wir durften ja alle nicht wählen. Wie erklärst du dir in den USA seinen großen Erfolg? Also es ist klar, dass er lügt, dass er Unwahrheiten erzählt, dass er die Leute aufhässt. Alle haben gelogen, Kamala Harris hat genauso gelogen. Das Lüge ist... Also ich meine, man sucht sich einfach den Lügner aus, den man lieber mag. Nee, ich glaube, das gibt einen interessanten Punkt bei Trump. Es gibt gleich einen Leitartikel von mir. So, mich interessiert ja nicht die moralische Verurteilung. Der ist ein Lügner, der ist ein Verurteilter, so und so. Stimmt alles. Kamala Harris hat genauso gelogen. Und der Punkt ist vielmehr, warum haben die Arbeiterklasse, einfache Leute, Schwarze, Latinos, Jewish World in New York, jemanden gewählt? Und es gab gestern einen Linken, ich habe nicht nur Welt geguckt, sondern auch Barry Weiss, Free Press, wo eine Linke gesagt hat, hinter dem ganzen Bullshit gibt es aber auch eine Honesty bei Donald Trump. der wirkt authentisch in seiner Sprache, auch in seinen vulgären Ausfällen, dass die Leute das Gefühl haben, Kamala Harris, wer ist das? Die redet immer anders, je nachdem, wo sie vom Punkt kommt. Der ist authentischer, seine Vision ist authentischer vermittelt. Und ich glaube, im Amerikanischen sagt man, it translates. Ich glaube, das ist angekommen. Und niemand von denen, die ihn gewählt haben, wird ihn verklären. Also wenn du mit deinen Kritikpunkten richtigerweise an ihn kommst, du würdest sagen, ja, it's true, but ich habe ihn gewählt, ich will, dass Amerika greater gehen wird, Migration geht nicht so weiter, Inflation hat ja auch der Vorredner hier gesagt, all diese Themen. Und Kamala Harris hat immer nur mit Floskeln, opportunistischen Zeitgeistfloskeln gekommen. Tim Walz war ein Linksaußen-Vizekandidat, die haben einfach so viele Fehler gemacht. Warum? Weil es aus Überheblichkeit gedacht haben, gegen einen 78-jährigen, orangefarbenen Typen, den man aus den Ivy League-Universitäten heraus und den Küsten am Osten und am Westen einfach nur und immer verachtet hat, da wird es doch reichen, Kamala Harris auflaufen zu lassen. Und das war eine Fehlkalkulation. Sagt Ulf Poschert. Vielen Dank für die Einschätzungen bei uns hier bei Weltverdensee und mehr von dir im Leitartikel bei Welt.de. Der müsste in 10 Minuten Online-Zeit.